So, unsere einzigen Senioren, es hört sich so alt an, unsere letzten Alten, Esther und Luna, da würde ich mich darauf freuen, die bekommen nächstes Jahr wieder Zuwachs. Also wir werden wieder mehr. Unsere Sina hat ein Jahr aufgrund von Abitur ausgesetzt, hat gesagt, oh Mensch, jetzt Schule, Abitur gut schaffen, dann rutsche ich in die Trainerrolle, der hilft da ein bisschen mit, aber sie hat in dem Jahr gemerkt, so ganz ohne Europik geht das irgendwie doch nicht. Und das ist auch bei den beiden, wo auch Luna hat mit Ausbildung nicht aufgehört, sondern hat gesagt, Mensch, auch wenn ich noch arbeite, Europik macht es so gerne, das macht mir Spaß, dann zweimal die Woche Training kriege ich noch hin und auch da die Mädels sind auf der Deutschen Meisterschaft noch ein Dritter geworden, weil ich sage, eine Technik, die man sich über Jahre hat angearbeitet hat, das installiert man nicht so schnell und da bin ich super stolz drauf, dass ich auch immer die Erwachsenen noch halten kann. Esther macht nächstes Jahr im Abitur ja auch noch weiter, hat gesagt, oh Mensch, dreimal die Woche Training schaffe ich auch im Abijahr. Also von daher, wenn man das wirklich will, ist das halt alles, alles möglich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Juro. Vielen Dank. Applaus 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 Ich darf... Ich darf...